Dann wollen wir uns noch einstürzen. Das! Ein legendärer professioneller Wrestler. Nach der Teilnahme bei Dead or Alive 4 verkündete er seinen Rückzug aus dem Kampfgeschehen und begann auf einer Offshore-Plattform von Doatec zu arbeiten, um seine Tochter aufzuhalten. Okay. Er wollte sich zur Ruhe setzen, ein ruhiges Leben führen und eine junge Generation ins Rampenlicht treten lassen. Das war zumindest der Plan. Hahaha. 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 Nein. Oh Gott, ich kann mit was gar nicht klar. Er ist so langsam als der erste wirklich schwere Karte, die wir haben. Bussi. work. Goddine. Okay, das war sein Griff. Gott na. Dann wollen wir ihn. Endmove. Hahaha. 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 bohrtek bohr duartek bohrinsel ok ich konnte sie lesen korrekt er Oh mein Gott! Oh Gott! Oh god, I... Me? Ever? er hat er nicht getrefft 6 der Gäste 5 Turnier um jetzt geht's los Viertelfinale schon okay ich habe überhaupt nicht erkennt ich habe ihn überhaupt nicht erkennt das weiß ich doch nice nice oh no oh no yeah you know man ist er jetzt nicht raus aus dem Turnier du Hahahaha die M H 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 Das freut mir. 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 Das freut mir.